Oh, das ist das ehrenloseste Versteck. Realtalk, 500 auf meinen Nacken. Du findest mich nicht, ich geb dir aber keine Tipps, okay? Jo Leute, was geht, Ash? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist es wieder der liebe Herr Standards. Was geht ab? Ich bin Ash Oli Meister. Ich hab nur noch ein Bein. Alter, nein, nein. Du armer Junge. Das andere ist weg. Weißt du was? Bei mir hat gerade jemand auf Twitch resubbt, meine Freunde. Man hört das Geld im Hintergrund rieseln. Und was ich jetzt noch sagen muss, meine Freunde, ihr kennt ja den Flex. Ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Genau, wenn ihr wollt, dass ich ein zweites Bein habe, gibt mein Creator-Code ein. Falsch! Nutzt den Creator-Code Revenzeit, meine Freunde. Immer wieder, wenn ihr euch skins oder wie was oder sonst was kauft. Ey, ich hab nur ein Bein. Wie sollen wir jetzt hier spielen? Wir spielen nämlich jetzt Heidens Sieg im Asia-Tempel. Komm mal her, mein Freund. Oh, im Asia-Tempel. Die Codes zu den einzelnen Sachen findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung, meine Freunde. Genauso wie auch mein Fortnite-Creator-Code, wo ich mich echt freuen würde, wenn ihr den benutzen würdet. Oh, was ist denn das für ein Ding hier? Ist krank, oder? Willst du mich veräppeln? Digga, hier wird jetzt erstmal ein bisschen Heidens Sieg gespielt, Kollege. Ach, du Scheiße. Ich dachte mir, wir nehmen uns keine normale Map, ja, sondern direkt die schwerste Map der Welt. Willst du mich verarschen? Guck doch mal, wie groß die ist. Ich glaub, ich glaub, das wird ziemlich schwierig hier, oder? Gucken wir uns das mal ganz kurz an. Spiel starten brauchen wir an der Stelle, glaub ich, nicht, oder? Oder weißt, starten wir einfach das Game am besten, oder? Ich weiß auch nicht, was... Ja, keine Ahnung, was denn passiert, aber starten wir, ja. Ich würd' sagen, ich such einfach mal zuerst, ja? Verboten sind auf jeden Fall Bäume. Aber guck doch mal, wie groß die Map ist, sagst du auch ab nochmal. Ja, wir kriegen das schon hin, Philipp. Ja, okay. Das ist halt für Heidens Sieg Pro-Gamer, ne? Ich würd' sagen, ich hab fünf Minuten Zeit, die, was ich zu finden, okay? Und, ähm... Ehh, gut, okay, ja, ist angenommen. Sag einfach, wenn du versteckt bist, dann fang ich schon an, dich zu suchen. Also, wirklich geisteskrank viele Verstecker, Leute. Ich mein, boah, guckt euch das mal an. Da findet einen ja niemand, Alter. Das ist, glaub ich, zu krass. Okay, Digga, ich bin versteckt. Gut, 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 gut. Wir machen's Stück für Stück. Kannst du mir so ein bisschen deine Umgebung beschreiben, weißt du, was ich meine? Damit ich schon eine Möglichkeit hab, dich hier zu finden, weil ansonsten... Nee, ich bin so einfach versteckt. Ich bin so einfach versteckt. Wenn du mich nicht findest, dann bist du nicht schlecht. Dann können wir auch direkt, äh, wieder verlassen. Dann können wir direkt wieder rausgehen. Dann bin ich dann so schlecht, sagst du, ja? Also, ich bin eigentlich... Also, wenn du dich jetzt in dem Wald versteckt hast, das wär schon wieder dreist. Nee, im Wald will ich definitiv nicht, da brauchst du nicht reingehen. Okay, also bist du in einem Gebäude wahrscheinlich, ne? Naja, ich sag nicht, wo ich bin, aber ich sag mal so, ich hab mich so versteckt, dass, wenn du mich siehst, sagst, WTF, hä? Krass und so. Ich bin schon dreimal an dir vorbeigelaufen. Mach mal ganz kurz einen kleinen Move hier und versuch mal von hier oben einen kleinen Überblick zu erhaschen. Ist ja hier in der Höhle drin. Boah, die Höhle ist aber krank geil gebaut hier, wa? Gerade bist du zum Beispiel an dir vorbeigeflogen. Nein, nein, bin ich nicht. Doch, doch, doch bist du. Ey, sag dir, wenn du das versteckt siehst, du darfst dich schlafen. Aber vielleicht finde ich dich ja, Digga, ich hab ja noch drei Minuten Zeit. Ja, ja, aber nur noch drei Minuten. Vorbeigeflogen, ich bin genau hier entlang, das heißt... Ah, jetzt seh ich dich, ich hab dich grad gesehen, jetzt hab ich dich grad gesehen. Durch eine Tür seh ich dich gerade. Okay, okay, das ist interessant, durch eine Tür. Du bist grad an so einem Stein vorbeigesprungen. Das heißt, du bist nicht in der Höhle drin, ne? M-m, 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 m-m. Durch so einen Torbogen oder sowas, sagst du? Ja, oh. Ah, Junge, ist das ein Billupfersteck. Philipp, was ist das? Hast du dich direkt gesehen? Ja, ich wäre fast an dir vorbeigelaufen. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt so renne, wenn ich jetzt hier so bin, ich lauf einfach, siehst du nicht. Siehst du einfach absolut nicht. Junge. Ich dachte nämlich, du denkst, ich bin so eine Figur, weißt du? Oh, Junge. Ich hab nur ein Bein. Das tut mir so leid für dich wirklich, dass du damit geboren worden bist. Ich kann damit nur noch rumlaufen. Hä? Ist irgendwas kaputt bei dir? Philipp? Ich bin Schaolin-Meister, ich muss in meinen Tempel. Hallo? Ich muss in meinen Schaolin-Tempel. Ich hab nur ein Bein, Digga. Jetzt kann ich wieder laufen. Okay, jetzt versteck du dich. Ganz ehrlich, also hier müsste man eigentlich mal mit richtig vielen Leuten, mit 16 Leuten spielen, meine Freunde. Wenn ihr das mal wollt... Ja, mit 16 Leuten, das wäre krass, definitiv. Wenn ihr das mal wollt, Leute, dann merkt ihr auf jeden Fall hier schon mal den Like-Button und kauft über meinen Creator-Code. Ah, Skins. Gut, Kinders. Jetzt ist Philipp dran, ich versteck mich. 5 Minuten Zeit, Kollege. Ich bin gespannt. Ja, guck mal. Hey, hallo. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Wir starten direkt das Game, meine Freunde. Es geht los in 4, 3, 2, 1. 1, der Suchen-Meister ist da, nämlich Schaolin. Mensch, Standard zu dem Kill ist fort. Ich gehe hier um in meinen Schaolin-Tempel und warte da auf. Alles klar, warte da auf. Die Map ist einfach nur geisteskrank geil. Das wäre hier absolut ehrenlos hier. Ich habe nämlich übersinnliche Kräfte und kann nicht orten. Okay, wenn du meinst. Ich mache mir wirklich zunehmend Sorgen. Ey, ich muss jetzt anfangen, dich zu suchen. Guck mal, ich habe nur noch 4 Minuten. Ja, los, versuch mich, komm. Ja, ich such dich jetzt. Würdest du sagen, du hast ein krasses Versteck? Ich habe, glaube ich, das ekligste Versteck aller Zeiten, Junge. So, Digga, ich komme jetzt mit meinem Fahrrad und such dich. Mit deinem Fahrrad? Ich bin gespannt. Junge, was ist denn mit dir? Hm, wo bist du? Aber du bist nicht im Wald, oder? Nö, nö. Der Wald ist schon mal nicht. Boah, ist das ein krankes Versteck, Alter. Ist das richtig krank? Das ist, glaube ich, ganz ehrlich, in der Geschichte von Heidens Sieg ist das das ekelhaftste Versteck der Welt. Dieses Versteck ist so eklig. Ist das in der Nähe von der Mitte? Och ja, ich gebe dir ein paar Hinweise. Es ist so eklig, ich gebe dir ein paar Hinweise, ja. Ja, okay, mach mal. Es ist in der Mitte, in der Mitte, in der Nähe der Mitte, ja. Und ich sehe, ich sehe eine Menge, Menge. Aha, wer ist denn hier? Ich bin hier nicht. Aha. Philipp, da ist niemand. Du bist nicht mal bei mir in der Nähe. Doch, aha. Du bist nicht mal ansatzweise in der Nähe, Junge. Ich höre dich ja nicht mal. Ah, hier sitzt deine Ecke. Nee. Komm raus hier. Mäuschen, Mäuschen, piep einmal. Piep. Hör mal auf zu randalieren da. Warum sitzt du hier im Busch, Digga? Ich sitze hier nicht im Busch. Du sitzt hier im Busch? Nee. Hä, habe ich was gehört? Vielleicht habe ich gerade was abgebaut, ja. Aha. Ich weiß, wo du bist. Ich höre dich die ganze Zeit. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Geh nochmal zurück. Ja, du bist hier bei der Höhle. Du bist hier bei der Höhle. Ich sehe dich einfach, Junge. Komm nochmal zurück. Wo bist du? Hä? Willst du mich verarschen oder was? Junge, das ist so krank. Stell dich nochmal genau dahin, wo du gerade standst. Nein, nein. Stell dich nochmal genau dahin, wo du gerade warst. Hä? Wo denn hier in der Höhle? Lauf mal unten in der Höhle ein bisschen rum. Ja, bleib mal. Geh mal zurück. Zurück. Ganz langsam zurück. Weiter zurück. 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 Okay, und jetzt dreh dich mal rum. Hä? Also du siehst mich. Hörst du das? Hä? Ja, hab ich. Ah! Was das für ein ekliges Versteck, du ekliger Mensch, ey. Junge, ganz ehrlich, Alter. Was bist du denn für einunddreißiger? Hey, wie bist du da hingekommen? Ich bin einfach oben rumgeklettert, hier. Und bin dann oben durch ein Loch da reingegangen. Hab vielleicht... Ja, genau. Oha. Das ist das hälfteste Versteck aller Zeiten in Heiden Sieg, oder? Okay, das ist echt krass. Das ist richtig krass. Das ist einfach nur heftig. Ich würd, ich würd, Titel ist Weltrekord versteckt, würd ich machen. Weltrekord versteckt, Digga. Safe. Weltrekord versteckt. 30 Kills. Ich würd sagen, du hast mich gefunden. Jetzt machen wir nochmal eine richtige Hardcore-Runde, okay? Mit beiden verstecken wirklich ekelhaft. Also wir beide verstecken uns und keiner sucht. Genau. Stark. Einfach nur stark. Okay, okay, okay. Ich versteck mich. Ich versteck mich. Junge, das mit dem Wasser hier ist so geil gemacht. Wenn wir doch irgendwann Wasser richtig hinzubringen, so als Block, das wär krank, oder? Das ist doch Blockwasser. Ja, aber ist ja nicht. Ach so, ach so meinst du. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Alles klar, alles klar. Kann ich kommen? Jo. Standard für den Skill, okay, okay, okay. Der Skin ist blau, das heißt, der sollte im grün eigentlich auffallen, aber... 500 Euro, du findest mich nicht. 500 Euro, wette, dass ich dich nicht finde. Ja. Aber ich geb dir keine Tipps dann. Außer, ich kann dir Tipps geben, aber dann keine 500 Euro. Okay, Philipp. Wo bist du, wo bist du? Also du bist grad auf jeden Fall an mir vorbeigelaufen, ganz zum Anfang, wo du losgestartet bist. No way. Ich kann jetzt, ich sag dir, du findest mich niemals, zu 100% findest du mich nie, niemals. Ich sag dir, gerade wo du losgestattet bist, da war ich in der Nähe. Und du hast mich gesehen? Ich hab dich gehört, nicht gesehen, aber gehört. Gehört. Losgestattet. Jetzt höre ich dich gerade. Das heißt, ich bin ziemlich nah bei dir. Oh ja, du bist richtig nah. Das heißt, das ist wirklich ein sehr, sehr ekliges Versteck. Ich höre dich. Hä? Ich sehe dich sogar. Dreh dich mal um, du musst umdrehen. Genau, da lang, da lang, in die Richtung. In die Richtung musst du. Unglaublich, wie soll ich das denn finden? Das findest du auch nicht. Oh mein Gott. Was? Ja! 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 Wie hast du mich da gesehen? Oh mein Gott, ich hab dich nur im Augenwinkel gesehen, Digga. Oh, Junge. Du Hacker, Junge. Aber krass, weil da bin ich so reingebackt, so ein bisschen. Ja, 500 Euro, ne? Nee, ey, ich hab den Test gegeben. Ja, ich weiß, ich weiß, Digga. Ja, ey. So viel hab ich nicht, du weißt. Ich auch nicht, Alter. Creator Code gewinnst halt, dann vielleicht. Weil du ja nicht Werbung für meinen Creator Code machst. Hey, hör mal auf jetzt. Nee, das ist ehrlich, Digga, mir geht's schlecht. Dir geht's schlecht, ja? Ja, mir geht's schlecht. Mir geht's auch sehr schlecht, sonst geht's noch beiden extrem schlecht. Okay, los, versteck dich. Ich bin versteckt. Bist du schon versteckt? Ja, ja. Ja, gut, kann er nur da hinten sein, wo ich grad war. Oh, das ist das ehrenloseste Versteck. Real Talk, 500 auf meinen Nacken. Du findest mich nicht, ich geb dir aber keine Tipps, okay? 500 Euro hier und jetzt, du hast sieben Minuten Zeit. Sieben Minuten Zeit. Sieben Minuten Zeit, ja. Aber es ist in der Map und nicht irgendwo außerhalb der Map. Es ist in der Map, ja. Es ist safe in der Map. Sicher? Nicht, dass hier so am Rand der Map so wohl gar keiner hingeht. Nee, 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 nee. Das ist schon ein Teil der Map. Ich hab dich, Digga, lol. 500 Euro, Digga. Nein! Wie hast du mich hier gesehen? Ich hab dir einfach deine Schattere genommen. Wie hast du mich gesehen? Digga, das Versteck ist krank. Das ist heftig. Wie hast du mich gesehen? Deine Spitzhacke. Nein! Wie kann man das denn sehen? Guck mal, ich bin hier lang gelaufen und da hab ich nur deine Spitzhacke gesehen. Ey, guck mal, ich komm mir nicht mehr mal raus. Ich komm mir nicht mehr mal raus, Junge. Ich komm mir nicht weg. Kannst du mich bitte umbringen? 500 Euro! Ja, gib mir später Paypal, dann überweise ich dir, du weißt, ne? Jackpot, ja, ehre, Mann. Du weißt, Digga. Ja, geh raus, da. Ich komm nicht raus. Bring mich um. Also, du siehst eigentlich, aber die Spitzhacke siehst du halt. Wenn du was in der Hand hättest, ich hättest niemals gesehen. Scheiße, Alter. Ich hab' ich wirklich wundert, hä, was leuchtet denn da? Ja, ja. Easy, easy. Soge, nach 20 Sekunden einfach. So kannst du den Videotitel, so verwaller ich in 20 Sekunden 500 Euro. So gibst du in 20 Sekunden 500 Euro aus. Hier war das, ne? Ja, guck einfach mal, von der Treppe. So, wie ich gelaufen bin. Ich seh' dich nicht. Ja, okay, deine Spitzhacke leuchtet halt noch so mit Feuer und so. Das war halt dumm. Da, guck da, ich hätt' dich da nicht gesehen. Scheiße, Alter. Deine hat halt richtig gefunkelt. Okay, Philipp, wenn du jetzt Ehrenmann bist, setzt du auch nochmal 500, dann sind wir wieder bei null. Komm schon, dann haben wir eine 1000 Euro Wette gehabt. Ja, aber ich geb dir keine Tipps. Okay. Soll ich mich da verstecken? Okay, ich komm jetzt. Ja, ja, komm noch. Weißt du, hast mich schon gehört? Nein, nein, ich hab dich noch nicht gehört. Den Tipp geb ich dir. Den Tipp geb ich dir, aber du findest mich nicht. Also, das Versteck ist einfach, würde ich sagen, aber gefährlich und mies. Weit und breit höre ich kein Rewindzeit. Ach. Wie gesagt, in meiner können wir öfters wetten machen, wo ich ja kein YouTube mehr machen. Du dingst doch hier irgendwo rum, Alter, ich sei es doch. Großgroß. Hört mich nicht, sagt er die ganze Zeit. Ob ich ihm das glauben kann, ist die andere Frage. Okay. Ich hab dich, also ich schwör, ich hab dich schon nicht einmal gehört. Du bist halt auch echt weit gelaufen wahrscheinlich, ne? Dass du mich nicht hörst, ist so seltsam. Da! Ja! 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 Ich dachte, das ist unmöglich. Junge, ganz ehrlich, Alter, das ist krank. Setz dich nochmal bitte dahin, setz dich nochmal bitte dahin. Ey, ich dachte, das ist so unauffällig, dass du... Ey, schau mal, wenn man hier wieder vorbeiläuft, du hast die gleiche Farbe wie der Stein. Ja, deswegen. Oh Gott, Leute. Heute gehen wir beide mit Null nach Hause. Schade drum. Nächste Mal spielen wir einfach um unsere Autos, Alter, die uns nicht mal gehören. Um unsere Leasing-Wahn spielen. Ja, das wär nice. Junge, Junge, Junge. Was machen? Ich hab Caddy grad. Random Fahrzeugpapiere machen wir dann direkt. Leute, das war von dieser ehrenhaften Folge von Heidens Sieg. Lasst auf jeden Fall hier einen Daumen nach oben. Da checkt auf jeden Fall Standardskill ab. Drückt dem Boy ein Abo hinein. Und ja, ihr wisst Bescheid, Creator Code Revenzeit. Ihr wollt natürlich coole Skins haben und ich will euer cooles Geld haben. Also gönnt mir doch einfach mal euer Westen mit euch. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschuuu. Ciao, tschuuu.